Das National Advanced Mobility Consortium, NAMC, als Bewertungsgremium für die U-Seite-Armee hat die Entwicklungsgemeinschaft Amerikan Rheinmetall und GM-Defense sowie Oshkosh-Defense und darüber hinaus Mag-Defense und Navistar-Defense für die erste Phase des Common Tactical Truck, CTT, Programms der U-Seite-Armee ausgewählt. In dem mehrstufigen Programm sollen bis zu 40.000 schwere taktische LKW der Armee ersetzt werden. Das Programm wird auf 14 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 12,9 Milliarden Euro, geschätzt. In einer ersten Phase sollen von jeder Variante drei Prototypen gebaut werden, mit denen die Umsetzung der militärischen Forderungen überprüft werden kann. Dafür erhalten die vier Firmen zusammen 24,3 Millionen Dollar, umgerechnet rund 22,4 Millionen Euro. Die Prüfungen sollen Anfang 2024 beginnen. In einer strategischen Partnerschaft wollen Amerikan Rheinmetall und GM-Defense einen modernen taktischen LKW schaffen, der die Fähigkeiten der Soldaten durch Zukunftstechnologien verbessert, schreiben die Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Hierzu zählen etwa fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, Advanced Driver Assistance System, ADAS, für mehr Sicherheit, erhöhte Geländegängigkeit, Zybersicherheit, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, verbesserte Überlebensfähigkeit und Kraftstoffeffizienz, sowie andere neue Technologien. Basis wird die Mitte 2022 vorgestellte Baureihe HX3 von der Rheinmetall-Tochter Rheinmetall-Mann Military Vehicles, RMMV, eine Weiterentwicklung der weltweit in großer Stückzahl eingeführten und einsatzerprobten HX-Fahrzeugfamilie. Grundlage dieser Baureihe sei das kommerzielle LKW-Portfolio von Mantrak Antbus mit einem hohen Maß anhand des üblichen Komponenten, eine prioritäre Forderung der U-Seite Army im CTT-Programm, schreibt Rheinmetall. Die HX3 CTT werden der Mitteilung zufolge hinsichtlich Mobilität auf der Straße und im Gelände sowie integrierter Überlebensfähigkeit verbessert. Eine offene digitale Architektur unterstütze ADAS und ermögliche einen autonomen Fahrzeugbetrieb. Mit einem hohen Maß an Gemeinsamkeit und Modularität werden verschiedenen Varianten ausgeführt. Transport, Wechselladersystem, Tankwagen und Sattelzugmaschine für den Fernverkehr. Die von 4x4 bis 10x10 Fahrgestell konfigurierbare HX-Familie könne jeden militärischen Bedarf erfüllen. Oshkosch-Defense teilte mit, dass die CCT-Prototypen auf der kampferprobten Familie Ophia wie Taktical Vehicles, FHTV, Plattform beruhen. Als modernisierte Version des bereits leistungsfähigen FHTV habe das Unternehmen sechs CTT-Varianten entwickelt, darunter ein Lord-Handling-System, LHS, eine Geländezugmaschine, eine Fernlastzugmaschine, ein Transporter, ein Abschleppfahrzeug und ein Tankfahrzeug. Im Rahmen des Prototypenauftrags wird Oshkosch-Defense drei Varianten davon bauen und an die U-Seite Army zur Erprobung und Bewertung liefern. Die flexible Architektur des FHTV ermögliche es, eine Vielzahl von Missionen zu unterstützen, wobei das Fahrzeug mit minimalen Änderungen vergrößert oder verkleinert werden könne, so Oshkosch weiter. Die CTT-Varianten von Oshkosch-Defense bieten die Technologien, um die von der U-Seite Army gewünschten Fähigkeiten der aktiven Sicherheit, der Reduzierung des Kraftstoffbedarfs, der Autonomie, der Missionsflexibilität, der Prognostik, der Kommunalität und der überlegenen Überlebensfähigkeit zu erreichen. Nach Erprobung der Prototypen ab Anfang 2024 soll die Auswahl des Lieferanten so rechtzeitig erfolgen, dass ein erster Produktions- und Liefervertrag 2026 abgeschlossen wird.